Mein Name ist Toro Mühlinghaus. Ich bin Auszubildender bei Interroll seit 2020 als Kaufmann im E-Commerce. Der Kaufmann für E-Commerce ist ein neuer Ausbildungsgang und dieser setzt natürlich die Schwerpunkte auf digitale Themen. Im Zuge der Digitalisierung ist natürlich auch der Bereich E-Commerce wichtiger geworden. Interroll ist ein Unternehmen, was sich sehr stark über die hohe Qualität seiner Produkte definiert. Jetzt machen wir daraus wirklich bahnbrechende Plattformkonzepte. Wir sehen, dass unsere Kunden immer stärker digitale Lösungen von uns fordern. Wir kennen das wahrscheinlich alle aus dem Privaten, dass wir gerne online bestellen. Durch unsere digitalen Anwendungen werden die Prozesse auf Einkaufsseite des Kunden nicht nur schneller, sondern auch einfacher gestaltet. In der Ausbildung geht es um Datenmanagement einerseits und die Spezialisierung auf dem E-Commerce. Aber auch unsere Produkte werden immer intelligenter. Wenn wir diese Daten und den Wert dieser Daten auch benutzen, um unseren Kunden noch bessere Leistungen zu bieten, noch gezielter den Kunden zu bedienen, dann kann ich wirklich dem Kunden ein maßgeschneidertes Angebot bieten. Für mich ist besonders an Interroll, dass in allem, was wir tun, immer der Kunde im Vordergrund steht. Und das Ziel der Digitalisierung oder des E-Commerce bei Interroll ist es, die Prozesse des Kunden zu vereinfachen. Interroll war für mich sehr interessant, weil es als Arbeitgeber einen sehr guten Ruf hat. Ich glaube, dass vielfach der Name Interroll eher wie eine Art Hidden Champion ist. Interroll als Arbeitgeber bietet viele Möglichkeiten, auch für junge Leute. Das Spannende bei Interroll ist, dass man ständig im Kontakt mit Kollegen aus dem Ausland steht. Man bekommt viele Möglichkeiten geboten, sich hier weiterzubilden. Durch die Interroll Academy habe ich zum einen die Möglichkeit, mich intern weiterzubilden. Aber Interroll bietet auch die Möglichkeit, nach der Ausbildung beispielsweise noch ein duales Studium anzuschließen. Wir sind am Anfang einer digitalen Reise. Und auf dieser Reise werden sich neue Möglichkeiten ergeben. Nicht nur für Interroll, sondern auch für die Auszubildenden, die uns auf diesem Weg unterstützen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017